Was ist die Entwicklung des Olympiastützpunktes in Luxemburg? Ich meine, die Entwicklung des Olympiastützpunktes in Luxemburg ist ganz wichtig für den Luxemburg-Sport. Die ganze Sportwissenschaft, die Biomechanik und die Unterstützung für die Athleten in den medizinischen Bereichen können. Damit wir auch auf dieses Niveau kommen, den am Ausland standen, dass wir noch da kompetitiv sind mit den Athleten am Ausland. Und da eben noch an den internationalen Kursen eine gute Chance und mit dabei zu sein. Wenn wir von allen Sportlern mehr Professionalität erwarten, dann müssen wir ihnen auch mehr professionelle Strukturen bieten. So eine professionelle Struktur als den Olympiastützpunkt oder heute zu Lötzeburg wird, den LISP sind, den Luxemburg Institute of High Performance in Sports. So ein Olympiastützpunkt hat verschiedene Pillen. Wir haben am Moment zu Lötzeburg schon verschiedene von den Pillen, die auch ganz gut funktionieren. Wo ich aber nach Optimierungsbedarf gesehen, für nach mehr Seher und mehr individuell, ob Bösen von den Sportern können anzugehen. E-Pilier als den Trainingszentrum an der KOK, den auch noch renoviert wird. Ein zweiter Pillier, den auch in den Jahren schon gut funktioniert, als den Centrum Medikall-Honopik Luxemburg-Joy an der Sportklinik zu Eich. Wir haben auch eine Sportmedizin, aber auch eine Physiotherapie, die zum Teil auch an der KOK lebt. An den dritten, wichtigen Pillier, den haben wir bisher noch nicht mit, hier zu Lötzeburg, denn das ist die Sportwissenschaft. Die Sportwissenschaft geht im Moment in Eichstallin am Ausland angekauft. Mir ist es natürlich wichtig, dass man hier im Land auch eine Struktur holt, die die Sportwissenschaft für Sportler stellt. Eine so eine Struktur als zunächst University, wo wir am Gang sind, eine Sportwissenschaft abzubauen, die zum Teil auch schon lebt und wo mir Sportler und die Possibilität werten gilt, das beste aus ihren individuellen Mächtigkeiten zu machen, an das auch Doping frei. Danke.